Maschinenprüfung Laufen Maschinen und Anlagen nicht reibungslos, sind teure Ausfälle und Produktionsstillstände die folgen. Um dies zu vermeiden, hat Sonotec das Sonafon entwickelt. Das digitale Ultraschallprüfgerät hilft, den Zustand von Maschinen und Anlagen sicher und zuverlässig zu bewerten. Und so funktioniert's. Durch Reibung zwischen mechanischen Komponenten, wie zum Beispiel Lagern, entsteht Ultraschall. Die hochfrequenten Signale enthalten wertvolle Informationen über den Zustand der Maschine, für den Menschen nicht wahrnehmbar, mit dem Sonafon höher und sichtbar. Schäden können so frühzeitig erkannt und vorbeugende Maßnahmen eingeleitet werden. Für die Maschinenprüfung mit Ultraschall kommen Körperschallsensoren zum Einsatz. Dank modularer, austauschbarer Aufsätze ist beispielsweise der breitbandige Sensor BS20 vielseitig einsetzbar. Den innovativen Sensor einfach an das Gerät stecken, App starten und los geht die Prüfung. Start und Stopp der Aufzeichnung erfolgen direkt am Sensor. Wie leistungsstark dieser ist, zeigt ein Blick auf den Touchscreen. Im Spektrogramm erscheinen alle Signale im Frequenzbereich von 20 bis 100 Kilohertz. Anhand deren Charakteristik lassen sich Rückschlüsse auf den Zustand der Maschine ziehen. Anschließend fügt der Prüfer Fotos, Kommentare und Sprachmemos zum Prüfpunkt hinzu. Und auf geht's zur nächsten Prüfstelle. Am Ende des Prüfvorganges erstellt der Instandhalter mit wenigen Klicks einen Bericht. Alternativ können die Daten auch am Computer ausgewertet werden. Eine PC-Software macht's möglich. Mit dem Data Viewer lassen sich die aufgezeichneten Prüfdaten abspielen. Relevante Bereiche können genauer untersucht und die Daten zur Weiterverarbeitung exportiert werden. Ist beispielsweise das Lager intakt? Müssen Maßnahmen wie Schmierung oder Lagerwechsel ergriffen werden? Die Antworten auf diese Fragen sehen und hören Instandhalter mit dem Sonafone, dem Ultraschallprüfgerät für die Instandhaltung der Zukunft.